Herzlich Willkommen! Es ist schade, dass wir uns immer noch nicht gegenüber sitzen. Wir haben jetzt mal einen Probegottesdienst gemacht, in einer kleinen Runde. Colin hat sich gefreut, tatsächlich mit Publikum zu predigen und ich habe versucht mir vorzustellen, wie es wäre, die Geschwister zu sehen. Ich habe mir gedacht, da sitzen Demi und Susan und ihre Kinder und ich habe mir einfach nur gedacht, hey, das wäre einfach so cool, euch zu sehen und ich vermisse das und ich habe auch darüber nachgedacht, wie ist es zum Publikum zu predigen und wie ist es vor der Kamera zu predigen. Wir haben auch darüber gesprochen und ich freue mich drauf, wenn es wieder Publikum gibt. Und heute geht es weiter in unserem Heiligen Geist. Themenkreis 360 Grad hat man von allen Seiten beleuchtet. Das wird wie auch bei Jesus überhaupt nicht möglich sein. Wir sprechen über Gott und es ist nicht möglich, Gott zu beschreiben. Ich habe versucht, mich vom Geist leiten zu lassen und ich habe natürlich dafür gebetet, dass Gott mich leitet und meine Botschaft des heutigen Tages gebe ich in der Hoffnung, dass die von Gott geleitet ist. Und ich bin hängen geblieben an, ständig, als ich darüber nachgedacht habe, bin ich immer wieder auf die Stelle zurückgekommen, im Epheserbrief, im Kapitel 6. Und ich möchte als erstes den Vers 18 lesen, der uns schon darauf hinweist, worum es heute geht. Da heißt es, wenn in der Neuen Genfer Übersetzung, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Wie kann ich das machen? Wie kann ich mich vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall an Gott wenden? Für mich ist es eine Übungssache. Ich habe das Gefühl, wenn ich das übe, wenn ich das ständig mache, dann kommt immer mehr das Gefühl auf, dass ich vom Heiligen Geist geleitet bete. Lasst dabei, so geht es weiter, lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. In der Wachsamkeit nicht nachlassen, ist nicht einfach. Es ist etwas, was man lernen kann. Es ist auch etwas, was man sich antrainieren kann. Ich hatte mal eine berufliche Phase, da musste ich mir antrainieren, wachsam zu sein. Ich hatte zwölf Stunden Schicht, ich war in einer Sicherheitszentrale, wir hatten einen Telefondienst und da kamen Alarme rein, die man akustisch nicht wahrnehmen konnte, die man auch nicht unbedingt vor Augen hatte, sondern man musste immer wieder so eine Routine abgehen und schauen, ist alles in Ordnung. Und da habe ich gelernt, wirklich zwölf Stunden aufmerksam zu sein und gemerkt, dass es auch möglich ist, mit zwölf Stunden Spanne aufmerksam zu sein. Nicht, dass man sich furchtbar konzentrieren kann beim Lernen, man braucht Pausen, aber man kann eine Grundaufmerksamkeit haben. Und die Gefahr tritt oft ein, wenn so eine Entspannungsphase kommt. Ja, wenn man denkt, jetzt ist alles sicher. Aber, genau, irgendwann braucht man auch mal eine Entspannung. Und das ist sicher auch wichtig. So, das Gebet ist unheimlich vielschichtig und der Geist wirkt in allen möglichen Lebenssituationen. Und ich habe mir gedacht, das, was ich heute sage, das wird niemals allen Situationen gerecht, sondern die Spannweite ist so groß, sie ist einfach zu groß. Der Heilige Geist ist ein Tröster und das ist mir total wichtig. Das ist für mich eine Grundlage, warum ich bete, warum ich eine Beziehung zu Gott habe, warum ich morgens rausgehe, weil ich so einen Trost empfange von Gott, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Das ist wie in der Gegenwart von jemandem sein, der dir einfach gut tut. Und das erzeugt bei mir einen Trost, wo ich merke, da kann ich rausgehen und habe einen Frieden. Und das ist der, aus meiner Sicht ist das der Hauptgrund. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder an diesem Epheserteil statt hängen geblieben, um den es heute geht. Und dieser Vers, im Vers 18, der sagt, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und es ist aber sozusagen das Ende oder am Ende des Epheserbriefs steht es. Und es steht nach dem ziemlich berühmten Abschnitt über die Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat. Und die Waffenrüstung besteht aus dem Herrn des Heils, aus dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, umgürtet mit Lenden. Und im Kapitel 6, Vers 10 heißt es aber am Anfang, nur noch ein letztes Mal, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und dann kommt, oder dann kommt der Teil, wo es heißt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und gewaltende Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Also es gibt den Heiligen Geist, den wir haben, aber es gibt auch andere Geister. Also brauchen wir eine Waffenrüstung, um uns zu wappnen dagegen. Und wir sollen uns Kraft geben lassen vom Herrn. Und wir haben empfangen einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin, der Besonnenheit. Besonnensein. Besonnensein. Was bedeutet dieses Wort? Aufmerksam sein. Achtsam sein. Den ganzen Tag. Immer und überall. Es ist, ja, ich glaube, dass es möglich ist. Und dass es wichtig ist. Und dass es oft die kleinen Sachen sind, die wichtig sind. Dass es oft kleine Sachen sind, wo wir uns leiten lassen können vom Geist. Ich glaube auch, dass es besser ist, vom Geist geleitet, dass man besser vom Geist geleitet ist, wenn man viel Zeit im Gebet hat und dadurch mehr connected ist und besser spürt, diese subtile, feine Unterscheidung, sollte ich oder sollte ich nicht hingehen. Colin hat dieses Beispiel erzählt von einer Frau und mir hat das geholfen, in den Situationen einfach sensibler zu sein, mutiger zu sein, auch mehr Glauben zu haben und hinzugehen. Aber ich merke, ich brauche das Gebet. Das hilft mir. Das gibt mir diese Kraft, Dinge zu tun, denen ich normalerweise aus dem Weg gehen würde. Und das macht Spaß. Es macht Spaß. Es kostet nicht viel Kraft, aber die Ergebnisse sind oft erstaunlich. Ich möchte wieder zurückkommen zum Thema Gebet. Die Waffenrüstung. Warum? Was hat die Waffenrüstung mit Gebet zu tun? Die Waffenrüstung Gottes wird beschrieben von Paulus und er sagt, das ist wichtig, damit wir standhalten können. Und danach kommt er zurück zu der Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Diese Waffenrüstung ist im Grunde genommen ein Mindset. Es ist eine Einstellung. Der ganze Epheserbrief liegt vor dieser Waffenrüstung und nach dieser Waffenrüstung kommt diese Stelle übers Gebet. Der Helm des Heils, der Schild des Glaubens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, umgürtet mit Wahrheit. Der Epheserbrief ist gespickt mit praktischen Sachen, was wir machen sollen. Und ganz am Anfang ist er auch ganz deutlich gespickt mit einer Theologie, mit einer Erwählung aus Liebe vor Erschaffung der Welt, mit Werten, dass wir seine Söhne sind, dass wir seine Töchter sind, dass wir geliebt sind, dass wir von Gott gewollt sind. Und wenn ich den Helm des Heils nehme oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Jesus Christus hat mich erlöst, das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Diese Erwählung, Vorerschaffung der Welt, das stelle ich mir vor wie den Helm des Heils. Das ist so lange vorherbestimmt. Das gibt mir so eine Sicherheit. Ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, eine Gemeinde, der Schild des Glaubens, von dem er spricht, der ist dort beschrieben. Und diese Waffenrüstung ist nicht diffus, sondern die ist konkret belegt mit Werten, die Paulus vorher diesen ganzen Brief lang beschreibt. Auch praktische Sachen. Man tretet ein, gestiefelt mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und das kann ich alles mitnehmen ins Gebet. Wenn ich ins Gebet gehe, dann sind das die himmlischen Dinge, die mich inspirieren. Ich glaube, dass es eine Resonanz gibt, wenn ich die Werte, die Gott wichtig sind, im Gebet durchdenke, im Gebet mit Gott durchspreche, dann spüre ich eine Resonanz. Ich glaube, dass es wichtig ist, grundsätzlich dankbar zu sein und Dank auszudrücken für die irdischen Dinge, die wir haben. Das ist ein guter Anfang. Und dann hinzukommen zu den himmlischen Dingen. Weil da merke ich, da entfaltet der Geist wirklich noch mehr Energie. Und ich habe überlegt, okay, wie sieht das Ganze praktisch aus? Und die Waffenrüstung Gottes, wenn ich die mit in ein Gebet nehme, dann kann sich jeder selber darin üben und sich vorstellen, was das bedeutet. Aber wie sieht das praktisch in der Bibel aus? Und die Gebete, die dokumentiert sind in der Bibel, das sind geistliche Gebete. Es sind Gebete, die vom Geist geleitet, vom Geist inspiriert sind. Sonst wären sie nicht in der Bibel. Denn die Bibel, die Schrift, ist vom Geist Gottes inspiriert. Und der, der am meisten Gebete dokumentiert hat oder von dem die meisten Gebete dokumentiert sind, das ist David. Die Psalmen, die strotzen an einer Vielzahl und Vielfalt von Gebeten, die David gesprochen hat. Und die haben auch eine ungeheuerliche Spannweite. Wenn ich so beten würde wie David, ich glaube, ihr würdet mich für verrückt halten, für wahnsinnig oder für, ihr würdet sagen, der übertreibt, völlig, völlig. Psalm 18 ist ein Psalm, den habe ich versucht auswendig zu lernen und ich habe den Anfang geschafft. Deswegen habe ich den Text jetzt aus der Lutherbibel von 1984 genommen. Und Psalm 18 ist ein echt kämpferischer Psalm, aber er hat auch ganz feine Töne drin. David hat aber eine Vielzahl von Psalmen geschrieben. Da sind Psalmen dabei, wo er wirklich ganz schwach war und dann sind Psalmen dabei, wo er niedergeschlagen war, wo er Intimität mit Gott gespürt hat. Psalm 139 beschreibt poetisch diese Nähe zu Gott, die er empfindet. Und er sagt, hätte ich Flügel der Morgenröte und Flügel ans Ende des Horizonts, so wärst auch du da. Also ganz großartige Literatur, aber auch ganz inspirierende Worte, um in der Beziehung zu Gott durch den Geist zu beten. Da helfen uns die Psalmen, da helfen mir die Psalmen, mir hilft es, im Psalm zu lesen und einfach zu denken, das bin ich, der das jetzt Gott gegenüber ausdrückt. Zurück zum Thema Waffenrüstung Gottes. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Waffenrüstung Gottes nehme und umsetze, dann habe ich ein Match mit diesem Psalm 18 von König David. Und ich möchte einfach mal ein paar Zeilen aus dem Psalm lesen, weil die Gott in einer Art und Weise beschreiben, die uns nicht so geläufig ist, aber die sehr intensiv ist und aus einer sehr intensiven Situation herauskommen. Von David, Psalm 18, Vers 1, Von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Das ist also nicht in Lebensgefahr, sondern nach Lebensgefahr, dass David diesen Psalm aufschreibt. Und er sprach, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Da klingt schon vieles an aus der Waffenrüstung Gottes. Da muss ich nicht viel beschreiben. Deswegen lese ich einfach mal weiter. Ich rufe an, den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todesbande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichsbande umfingen mich und des Todesstricke überwältigten mich. Wenn ich das lese, dann frage ich mich, in was für einer Situation war David? Wie hat der sich gefühlt? Der beschreibt ein Szenario, dass wir uns keinen größeren Schrecken vorstellen können. Aber er schafft es auch, das auszudrücken. Er schafft es, seine Gefühle auszudrücken. Auch hier in der Beziehung zu Gott legt er das dar, wie er sich gefühlt hat. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Jesus hat gebetet mit lautem Schreien und unter Tränen. Und das ist auch nicht aufgesetzt oder verkehrt, wenn wir uns manchmal so fühlen, als müssten wir im Gebet schreien. Und das kann auch vom Geist geleitet sein. Ich habe mich mit dem Oliver Kurz oder in den letzten Wochen zum Beten getroffen und ich merke, dass wenn ich mit dem Oliver zusammen beten gehe, dann packt mich der Geist manchmal so intensiv, dass ich denke, ich weiß nicht, woher das kommt. Er hat mir die Bibel studiert, er hat mich getauft und wir haben im Sommer 2096, vor 25 Jahren, da haben wir mal ein Zimmer geteilt in einem Hotel und ich bin ins Badezimmer gegangen zum Beten. Und ich dachte einfach nur so, okay, nutz die Zeit, es ist noch früh, es ist jetzt ungestört, gehe ins Badezimmer, knie mich da vor die Badewanne und schütze mich so am Badewannenrahmen auf und bete da und denke mir jetzt eigentlich keine tolle Umgebung für ein Gebet und kann es auch nicht so laut beten. Es ist ja im Hotelzimmer, Badezimmer und der Oliver hat vielleicht noch geschlafen oder dachte, der schläft noch. Und habe ich da hingekniet, die Augen geschlossen, habe angefangen zu beten und Gott hat mir wirklich das Herz geöffnet und ich habe wie in die geistliche Welt geguckt und ich habe das Gefühl, dass die geistlichen Mächte der Finsternis mein Herz immer weiter einpacken und kurz davor sind, das komplett zu verfinstern. Und ich hatte richtig so Klauenhände im Gebet vor Augen, die mein Herz immer weiter einschließen und alles Licht verschwindet und ich dachte, wenn das letzte Licht eingedämmt ist, dann ist es aus. Und das Gebet wurde so intensiv, ich habe wirklich geschrien und ich habe gekämpft und ich habe in diesem Gebet um mein Leben gekämpft und irgendwann im Gebet sind diese Hände verschwunden und es war nur noch Licht und ich habe Frieden gespürt und bin dann aus dem Badezimmer eigentlich irgendwie so raus, wie ich reingegangen bin. Vielleicht ein bisschen erleichterter und ich weiß noch, der Oliver saß mit angezogenen Knie auf seinem Bett und war so, was um alles in der Welt war das? Und ich war so, ich dachte mir, ja stimmt, er hat recht, das war jetzt ziemlich intensiv und vielleicht habe ich jetzt die Nachbarn aufgeweckt. Ich glaube, das war das Intensivste in meinem Gebet, in meinem Leben. Ich hatte das nie wieder und ich habe es nicht, ich habe es nicht, ich habe es nicht, forciert, also ich habe mich nicht, ich bin da nicht reingegangen und habe gedacht, ich will, dass das jetzt intensiv wird. Und ich habe mich vorher nicht irgendwie dramatisch gefühlt und auch nachher nicht. Und mir ist es wichtig, dass wir vom Geist uns leiten lassen, dass wir einfach offen sind dafür, was der Geist mit uns macht, dass der präsent ist und dass wir dem Einfluss lassen und dass wir auch nichts erzwingen, aber dass wir ihm auch keine Grenzen setzen. Weil der Geist eine unendliche Kraft ist. Und die Psalmen, die ich von David lese, die sind dokumentiert. Das ist so, als wenn das Gebet, das ich da gesprochen habe, vielleicht aufgeschrieben wäre. So intensiv ist es ja. Das Todesbande umfingen mich und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Und dann sagt er, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schrein kam vor ihm zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte. Und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrt Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin mit Hagel und Blitzen. Der Herr donnerte im Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erscheinen mit Hagel und Blitzen. Die Erde bebte und wankte. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrt Feuer aus seinem Mund. Es ist meiner Ansicht nach wirklich gut zu sagen, dass Gott wild ist und gefährlich ist. Ich glaube, dass das unserer Natur entspricht, dass wir das mögen, dass wir das auch brauchen, dass wir nicht diesen netten Gott brauchen, der immer nur friedlich ist, sondern unser Gott ist wild und gefährlich. Er ist unendlich gut und liebevoll. Und er hat eine Vergebung, die uns selber sehr, sehr, sehr herausfordert. Aber er ist auch ein Wesen, das wir nicht ganz begreifen können. Und auch der Tröster, der Geist in uns muss etwas haben von diesem Wesen, von dieser Intensität. Und er machte Finsternis rund um zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin mit Hagel und Blitzen. Es wird so intensiv beschrieben, aber es ist ein Gebet im Geist. David hat Gott im Geist vor Augen und er betet im Geist. Und die Worte, die er findet und die Leidenschaft, die er erlebt und was er von Gott sieht, das begeistert ihn. Und das spürt man. Und er erlebt das. Das ist wirklich eine intensive Zeit, die er hat. Sollen wir alle so beten? Ich glaube, es wäre ganz schön was los in der geistlichen Welt, wenn wir alle so beten würden. Werden wir alle so beten? Ich glaube, dass David ein Ausnahmetalent war in der Art und Weise, wie er gesegnet war damit, wie er gebetet hat. Ich habe das einmal erleben dürfen, ähnlich, und dann öfters mal in einem viel kleineren Maßstab. Aber grundsätzlich pläniere ich einfach dafür, offen zu sein, dass Gottes Geist wirkt. Aber nur, wenn wir die Waffenrüstung auch vor Augen haben. Und das Schwert des Geistes am Schluss der Waffenrüstung, der ist das Wort Gottes, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. ist eng verknüpft. Wir sollen nicht beten, ohne das Wort Gottes vor Augen zu haben. Was uns befeuert, das soll wirklich schriftgemäß sein. Aber was der Geist dann damit macht, auch dafür offen zu sein, ist eine Übungssache. Zu viel des Guten. David sagt, im Vers 15, 16 sagt er, du gibst mir den Schild deines Heils, deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Dieses Wort Huld kann man auch mit Demut übersetzen. Und die Demut, die Gott hatte, ans Kreuz zu gehen, wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich mir, das spüre ich. Diese Demut, die Gott hatte, meinen Platz einzunehmen, seine Demut, die macht mich groß. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, aber wo ich auch immer mich gedrängt fühle, das wirklich fast in jede Rede mit reinzunehmen. Deine Huld macht mich groß. Deine Demut macht mich groß. Das Kreuz, das du getragen hast, den Tod, den du erlitten hast, die Auferstehung, die ich gesehen habe, die macht mich groß. Die gibt mir Mut, die gibt mir Kraft, die gibt mir meinen Wert, die gibt mir meine Freiheit. Und durch sein Sterben und seine Auferstehung und auch dadurch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dadurch kann ich erst überhaupt den Heiligen Geist empfangen. Jesus hat selber gesagt, wenn ich nicht weggehe, kann der Geist, der Tröster nicht kommen. Und so haben wir alle Bezug, direkt, immer, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, inwendig in uns. In Kolosse 1,27 heißt es, das Geheimnis Gottes, Christus in uns. 24 Stunden haben wir Zugang direkt zu Jesus, so als wären wir immer zusammen. Und das ist eine tolle Sache. Stell dir vor, du kannst immer mit Jesus zusammen sein. Du kannst wirklich Erwartungen daran haben. Was von deiner Seite gefordert ist, ist Besonnenheit, ist Achtsamkeit, ist Wachsamkeit, auch einfach Übung, auch einfach zu sagen, Mensch, ich versuche das immer. Ich versuche das so lange wie möglich. Ich trainiere mir das an. Ich gewöhne mir das an. Ich faste von anderen Sachen und versuche mehr da zu mir zu nehmen von diesen guten Sachen. Im Epheser 3, Vers 14 geht Paulus auf die Knie, weil er weiß, das, was ich jetzt sage, das kann ich nicht lernen, sondern da kann ich nur dafür beten. Das ist auch ein geistliches Gebet. Das ist auch ein Gebet, das dokumentiert ist und das man gut nachbeten kann. Und das uns vielleicht den Zugang ermöglicht zu so einer Intensität, wie wir hier gelesen haben, Psalm 18. Und ich möchte das nochmal wiederholen, der Psalm 18, diese Intensität mit David, die möchte ich in Verbindung bringen mit diesem Gedanken der Waffenrüstung Gottes. Weil eine Waffenrüstung ist dafür was Intensives. Und die Mächte und Gewalten, die da beschrieben sind, die sind so dämonisch und so böse. Das ist nicht, das ist nicht aus, das ist nicht schlecht balanciert, sondern das ist, das wird der Sache gerecht. Auch wenn wir ein ganz nice little life hier haben in Deutschland. Wir haben eine Gewalt gesehen, eine Urgewalt in dieser Flutkatastrophe jetzt, die uns nahe geht, aber die Kräfte, die da sind, sind mächtiger und schrecklicher als diese Bilder. Das beschreibt die Bibel ganz deutlich. So wir dürfen uns ranwagen an dieses intensive Thema und wir dürfen gleichzeitig total schwach sein, weil jedem nach dem Maß gegeben ist, der Gnade. Aber habt auch Glauben, dass Gott euch Möglichkeiten gibt, die wir vielleicht bis jetzt zu wenig genutzt haben. Epheser, Epheserbrief 3, Vers 14, ein Gebet von Paulus. Er sagt, er beschreibt vorher eine ganze Menge großartiger Sachen über Gott und sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen Heiligen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Paulus baut das aufeinander auf. In manchen Übersetzungen kommt das noch deutlicher zum Ausdruck als hier. Er betet am Anfang dafür, dass Gott uns stärkt am inwendigen Menschen durch seinen Geist, damit Christus in uns wohnen kann. Wir müssen erstmal durch den Geist gestärkt werden, damit Christus in uns wohnen kann. Wir können das gar nicht voneinander trennen, weil Christus in uns dieses Geheimnis ist und wir empfangen den Geist, der stärkt uns und dann wohnt Christus in uns. Das können wir nicht auseinander differenzieren. Aber was wir wissen ist, was wir daraus lernen können, ist, dass wir erstmal Gottes Geist brauchen, der uns inwendig stärkt, um diese Macht, diese Power überhaupt auszuhalten in uns. Und das ist manchmal auch anstrengend, aber gut anstrengend. Sport ist auch gut anstrengend und Gewohnheit macht einen fit und dann hat man Lust auf mehr und genauso empfinde ich das mit dem Geist. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wünscht man sich das und desto mehr kann man auch aushalten. Und er sagt, das Ganze dient dazu, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist und euch dazu befähigt, mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Also, wir müssen innerlich gestärkt werden, um Gott besser zu verstehen, zu begreifen, seine Liebe zu begreifen und geistlich zu wachsen. Und das geht nicht ohne Gebet. Paulus betet dafür, damit wir erfüllt werden, damit wir hinwachsen, damit wir reifen. Beten, um Christus zu bezeugen. Am Ende des Epheserbriefs sagt Paulus, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Das habe ich ganz am Anfang gelesen. Der Vers geht weiter, lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Wir sind berufen, füreinander zu beten, damit wir das Wort Gottes verkündigen. Wir haben den Geist empfangen, um Zeugen zu sein. Und Paulus bittet darum, dass die Menschen für ihn beten, damit Gott ihm die richtigen Worte gibt. Das heißt, er empfängt die Worte, so erlebt er das, er empfängt die auch durch den Geist von Gott. Das sind viele intensive Sachen. Vielleicht war es zu intensiv für die kurze Zeit heute Morgen. Vielleicht fehlen euch die persönlichen Beispiele. Vielleicht sagt ihr, Mann, das muss ich mir jetzt nochmal anhören und das Ganze durchgehen. Ich möchte nochmal kurz die Punkte aufzählen, die mir wichtig sind. Alle Zeit konzentriert beten. Mit der Waffenrüstung beten. Im Gebet wird Gott wahrnehmen und gebeten, um Christus zu bezeugen. Ich weiß, es ist erlaubt, schwach zu sein. Und ich weiß, es ist aber erlaubt, im Gebet stark zu sein und Gott da keine Grenzen zu setzen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch einfach gute Gebetszeiten. Dass das eine Inspiration ist, die ihr mitnehmt, ohne eine Last zu empfinden, sondern einfach eine Ermutigung, im Glauben ranzugehen an die Schrift und zu sagen, ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass ich ein Haus des Gebets bin und ich glaube, dass ich Sachen mit Gott erleben kann, die größer sind als das, was ich bisher erlebt habe. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag und Gott sei die Ehre. mit Gott sei die Ehre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017